So richtig schöne Las Vegas Ferien wären es eigentlich schon. Den Prospekt dazu habe ich einmal. Was mir allerdings fehlt, ist das Geld. Aber ich habe mir natürlich Hilfe geholt. Heute ist jemand bei mir, der aus diesen Prospekten Geld machen kann. Magre, hilfst du mir ein wenig, dass ich auf Las Vegas komme? Ja, zu Las Vegas gibt ja verschiedenste Wünsche von Menschen. Schau mal, Achtung! Man muss auf den richtigen Rhythmus... Achtung so, Achtung... Das ist noch nicht gegangen, hm? Nein, nein. Man muss einmal falsch ein bisschen schütteln. So, dann sehe ich, das ist direkt zu gehen. Unglaublich! Der Magne im Top-Tag. Die Hunderter sind wir, wenn sie wissen wollen, wie er es macht. Oder ob sie es ihm überhaupt glauben. Ab der halben im Top-Tag.